was geht ab leute herzlich willkommen zurück auf meinem kanal schön dass ihr wieder am start seid im heutigen video geht es wieder um meine zehn favorite piece der woche los geht's so leute wie im intro schon gesagt in dem heutigen video habe ich euch wieder zehn pieces rausgesucht die mir im internet aufgefallen sind die ich euch wärmstens empfehlen kann die wirklich sehr nice sind vielleicht sucht der eine oder andere ja noch sowas und dementsprechend will ich gar nicht lange drum herum reden wir fangen einfach mal mit piece nummer eins so leute piece nummer eins ist eine hose und zwar das thema hosen ist gerade ich sag mal mehr denn je eigentlich finde ich sehr sehr wichtig früher hat man immer sich nur so beschränkt auf so eine schwarze jeans blaue jeans etc aber mittlerweile ist die facette zu outfits zu verschiedenen style richtungen so groß geworden und ich finde hosen explizit sehr sehr wichtig und dementsprechend suche ich auch immer für mich neue hosen ob es egal ob es vintagehosen sind oder neue varianten und da bin ich auf das erste piece darauf aufmerksam geworden und zwar eine sehr sehr coole crop job pants nennt sich die und zwar gibt es bei h&m was ich daran so nice findet zeige ich euch jetzt mal hier und zwar hat ihn sehr sehr coolen fit wirkt ein bisschen wie schon der name sagt cropped aber sie ist nicht ganz so eng hat so ein bisschen leichten loose fit die farbe gefällt mir extrem gut dieser mix zwischen beige und braun wirklich also eher so ein dunkel beige und ich finde sie sehr sehr nice und dementsprechend auch mit dieser buntfalte vorne wirklich eine sehr coole hose muss ich sagen und für 30 euro wäre es auf jeden fall mal wert sie abzuchecken das coole daran ist wer die farbe zum beispiel nicht feiert es gibt sie auch noch in schwarz dementsprechend kann derjenige auch variieren schwarz natürlich ein bisschen vielseitiger einsetzbar aber mir persönlich gefällt diese beige variante deutlich besser und das auf jeden fall meine empfehlung nummer eins so leute machen wir weiter mit empfehlung nummer zwei oder piece nummer zwei und zwar ist das ein pullover so ein bisschen in diesem college stil dieses ganze college thema college jacken vintage college cardigan et cetera ist alles gerade so ich sag mal mehr oder weniger sehr sehr modern sehr angesagt und da gibt es bei zara so ich sag mal auf so college mäßig so ein strickpullover der mir aufgefallen ist der mir sehr gut gefallen hat also das coole daran ist es ist so reingestrickt so reingestrickt also ist es nicht so ein aufdruck oder ich sag mal eine folie oder sonstiges oder ein print sondern das wirklich in den pullover reingestrickt und das sieht so hat einen sehr coolen flair also mir persönlich gefällt er sehr gut für 39 euro also für 40 euro finde ich auch noch voll vertretbar und hat persönlich ich könnte mir da auch zum beispiel schon sehr gut vorstellen zu der hose die ich empfohlen hat dieses beige braun passt sehr sehr gut zusammen und ja das ist auf jeden fall meine empfehlung und mein piece nummer zwei machen wir weiter mit dem piece nummer drei und piece nummer drei sind aktuell ja jeans die wirklich nicht mehr kleben also keine skinny oder slim fit jeans sondern so einen leichten loose fit haben aber noch ein bisschen so ich sag mal auch die tallierung die die ja die beine so ein bisschen so ein bisschen form man sieht das hier sehr gut die passen sehr sehr gut so sollte so eine hose im optimalen fall auch sitzen also wirklich nicht hauteng so ganz leicht locker ein bein entlang und die gibt es gerade aktuell bei mango man für 50 euro finde ich voll vertretbar in drei verschiedenen colorways in diesem hellblau was meine persönliche lieblingsfarbe ist jetzt gerade für den frühling aber auch das creme weiß finde ich sehr cool oder halt eben das dunkelblau auch sehr nice auch hier müsst ihr wieder darauf achten die ist so ganz sie sind so ganz leicht cropped gehalten ich weiß dass es nicht jedermanns sache ist viele wollen die hosen stackt haben aber ich finde nicht jeder trägt diesen stil nicht jeder feiert diesen street style wo man sowas immer trägt dementsprechend finde ich ist das eine sehr sehr coole variante für so casual outfits und colorway et cetera finde ich genial dementsprechend das ist auf jeden fall eine dicke dicke empfehlung als hose nummer zwei und piece nummer drei so leute kommen wir zu piece nummer vier und piece nummer vier ist ein pullover der mir von einer meiner lieblingsmarken der mir aufgefallen ist und zwar von gantt und ich feiere diese farbcombo extrem also ich mag gerade dieses oliv dunkel grün auf jeden fall sehr gerade in kombo mit diesem gold gefällt der hoodie mir sehr sehr gut ich würde euch empfehlen wenn ihr den so ein bisschen loose fit haben tragen möchtet also nicht ganz so eng weil das ganze schon ich sag mal mehr true to size ist dann solltet ihr eine größe größer wählen also wenn jetzt zum beispiel normalerweise in dem hoodie die größte m tragt nimmt ruhig eine größe l dann findet ihr ein bisschen lockerer ein bisschen besser nicht so ganz so ich sag mal eng das ist natürlich mehr so in diese casual richtung aber ich finde dadurch dass man eine größe größer nimmt kann man das ganze auch so ein bisschen lockerer nehmen und wie gesagt ich finde diese farbe wirklich genial mir ist zuletzt ja keine farbe so ins auge gestochen wie dieses grün aktuell und ja ist auf jeden fall eine farbe die ich diesen frühling auf jeden fall sehr viel einbinden werde ich werde mir den hoodie auch mal anschauen natürlich nicht jedermanns sache den gibt es auch noch in anderen colorways aber ich kann euch sagen diese grünen variante ist wirklich eine dicke empfehlung als piece nummer vier so kommen wir zu piece nummer fünf und piece nummer fünf ist wie soll es auch anders sein eine college jacke und zwar einen braun colorway sieht man auch nicht so häufig dies gerade aktuell bei asus gibt für fast 63 euro knapp 63 euro und ja ich finde sie wirklich sehr cool sehr clean gehalten mit diesem cremefarbenen bündchen also absenzungen hier keine große sache drauf keine riesigen prints man kann das ganze natürlich noch ein bisschen individualisieren wie ich das schon in einem meiner letzten videos zu euch auch gezeigt habe falls ihr dann so ein bisschen ich sag mal was eigenes mit reinbringen wollt aber in dem fall finde ich die jacke sehr sehr cool auch diese werde ich mir in den nächsten tagen mal anschauen und ja kann ich eigentlich nur wärmsten empfehlen sehr cooler colorway und college jacke wie gesagt mehr finde ich sogar mit die aktuellste jacke die im kleiderschrank haben ist dementsprechend checkt das auf jeden fall ab so kommen wir zu piece nummer sechs und piece nummer sechs sind wir wieder bei diesem grünen colorway und dem fall ein wenig schicker und zwar ein anzug den es gerade aktuell für knapp 300 euro in combo also wirklich die komplette anzug combo bei suit supply gibt und ich finde und ich habe selber havanna anzüge von suit supply die farbe extrem extrem nice also wirklich sehr sehr cooler colorway dieses olive grün unheimlich schöne farbe und das coole daran ist man hat so ein bisschen hier steht das auch mix match varianten kann man wählen das heißt man kann gucken welche welche sakko größe brauche ich welche hosengröße brauche ich da noch ein kleiner tipp es gibt die normalen größen dann gibt sie ich sag jetzt mal die normale größe 48 quasi m dann hat man die wahl zwischen 48 94 und 24 und hier ist der unterschied die 94 ist im prinzip das sakko ein bisschen länger gemacht und bei der 24 ein bisschen kürzer je nachdem wie euer körperbau ist könnte zum beispiel bei mir passt ja idealerweise die 24 obwohl ich normalerweise einen typ 48 bin dadurch muss ich den anzug nicht mehr anpassen ist so eine kleine empfehlung so ein kleiner tipp zwischendurch wenn euch einen anzug holt bei suit supply gibt es diese ich sag mal diese auswahl oft nicht immer dabei aber sehr häufig und dementsprechend check das auf jeden fall ab wenn es sowas gibt bild das oder zur not bestellt einfach zwei sakkos so dass er da ein bisschen variieren könnte das andere könnt ihr ohne probleme da zurückschicken ich habe schon mehrfach sachen bei suit supply zurückgeschickt und die wurden ohne probleme angenommen und ja quasi retourniert gar kein thema dementsprechend sehr sehr dicke empfehlung dieser anzug idealer colorway sehr nice man muss das nicht mit grau kombinieren man kann das auch mit weiß kombinieren mir gefällt er wirklich sehr gut und wer sowas sucht mal ein bisschen was anderes als typische blau grau und schwarz hier habt ihr einen schönen anzug so leute kommen wir zum nächsten piece und das nächste piece ist eins meiner latest pickups und die kann ich euch wirklich wärmstens ans herz legen und zwar ist das meine neue uhr von captain sun eine sehr sehr schöne kleine hochwertige uhr muss sagen 169 euro die ich im moment quasi bekommen habe und ja kann ich euch wirklich wärmstens empfehlen die gibt es in verschiedenen colorways aber in dem fall habe ich genau diesen colorway selber am start ja ich habe da eine kooperation mit das hat jetzt nichts mit youtube zu tun sondern generell einfach auf instagram bin ich gepartnert jetzt mit captain sun ich dachte ich nehme das einfach mit rein ins video weil ich diese uhr wirklich guten gewissens an euch weiterempfehlen kann sie ist sehr hochwertig sehr clean im design natürlich ist es keine rolex aber es auch kein preisvergleich wirklich sehr schöne kleine alltags uhr die ich wirklich jedem nur empfehlen kann wer sowas sucht checkt die gerne ab auf jeden fall eine dicke empfehlung auch an dieser stelle so leute kommen wir zum nächsten piece und das nächste piece besitzt sich auch und zwar ist das eine ja eine übergangsweste von canada goose ich habe die allerdings in schwarz und weil ich diese weste wirklich so sehr liebe gerade in kombination mit einem hoodie und dann ich sag mal eine lockere hose und paar sneaker et cetera oder mit einem rollkragenpullover und paar boots schwarze jeans boots kann ich euch diese weste wirklich wärmstens ans herz legen vielleicht vielleicht solltet ihr darauf noch mal auf den zähl warten aber wer sowas sucht ist wirklich eine sehr sehr geile weste die es aktuell bei mr porter gibt wir gehen auf das thema im ausland bestellen gleich noch mal ein weil ich hier hinten habe ich noch mal zwei stores raus rausgesucht wo ich euch aktuell nicht davon abraten muss aber da ist jetzt quasi quasi ein haken entstanden durch den brexit so dass ihr da wirklich aufpassen muss und wo mir schon viele leute per direct message auf instagram geschrieben haben dass ihr da wirklich vorsichtig bestellen soll bzw mit extra kosten aber wie gesagt wir gehen da gleich noch mal drauf ein dementsprechend ich bin mir ziemlich sicher dass es beim mr porter nicht der fall ist hundertprozentig kann ich das nicht sagen aber ist mir zum beispiel nicht bekannt falls könnt ihr mich gerne unten in den kommentaren berichtigen dann werde ich da noch mal darauf hinweisen in meiner beschreibung aber soweit ich weiß könnt ihr wirklich ohne probleme bei mr porter bestellen dementsprechend hier eine dicke empfehlung sehr coole weste die es gerade bei mr potter gibt so dann kommen wir zum nächsten premium online store wo ihr auf jeden fall auch ein sehr sehr cooles t-shirt bekommt was mir persönlich auch sehr ins auge gestochen ist und zwar ist das her von gallery department sehr cooles sommer t-shirt muss ich sagen ich könnte mich da selber drin sehen allerdings ist glaube ich meine größe ausverkauft ich bin sie mehr der typ l mittlerweile nicht dass ich zugenommen habe sondern ich trage die t-shirts einfach ein bisschen lockerer mittlerweile und ja es gibt leider nur noch smxl und xxl aber ich finde es sehr genial von gallery department was es gerade bei farfetch gibt ich kann euch sagen bei farfetch werdet ihr keine probleme haben wenn ihr hochwertige sachen im ausland bestellt es kommt quasi aus italien dementsprechend da gilt dieser brexit sonderproblem auf jeden fall nicht und ich finde es ein sehr geniales t-shirt könnt ihr auf dem fall abchecken das findet ihr als piece nummer 9 so leute und dann kommen wir zum piece nummer 10 und piece nummer 10 dachte ich nehme noch mal ein sehr cooles basic mit rein leichtes oversize t-shirt was ein bisschen boxy geschnitten ist und zwar von uniqlo die sind da ich weiß noch nicht noch nicht allzu lang am start und zwar diese aerysm das ist so ein bisschen so ein besonderer stoff den es bei uniqlo gibt für 15 euro ein sehr cooler fairer preis und dieses t-shirt gibt es in verschiedenen colorways mir persönlich gefällt dieser cremeton weiß natürlich sehr gut auch dunkelblau finde ich sehr nice man hat dann so ein bisschen die qual der wahl da würde ich euch wirklich empfehlen true to size zu gehen also eure normale größe zu wählen ob es jetzt msl oder xl ist je nachdem was ihr braucht geht auf keinen fall eine größe größer und dementsprechend sehr cooles t-shirt sehr cool geschnitten und das ist ich sag mal relativ neu bei uniqlo am start und dementsprechend auch hier eine dicke empfehlung das ist mein piece nummer 10 so leute und dann kommen wir zu zwei stores wo ich immer sehr sehr gerne gucke die mir aber jetzt aktuell die ich wahrscheinlich von meiner liste erstmal streichen werde ich hoffe dass in zukunft irgendwie ein abkommen geschaffen wird und zwar ist das matches fashion und end closing beides quasi uk stores und ich gucke immer gerne auch in den uk stores immer wieder gerne rein und finde auch oft sachen gerade auch bei end closing die ich euch wirklich wärmstens empfehlen kann aber das jetzt durch den brexit das problem je nachdem wo ihr bestellt zum beispiel in uk habt ihr einfach das problem dass sie jetzt zoll bezahlen ist dass das gleiche jetzt würde die in den us bezahlen bestellen ihr müsst einfach zoll bezahlen und dadurch wenn die sachen immens teuer und dementsprechend kann ich euch nicht davon abraten aber ich darauf hinweisen dass ihr darauf achtet falls ihr euch sowas bestellt müsst ihr mit extra kosten rechnen und dementsprechend ja ist das auf jeden fall mal meiner meinung nach wirklich sinnvoll leute darauf hinzuweisen dass wenn ihr euch sowas dafür sowas entscheidet müsst ihr einfach mit extra kosten rechnen ist eine sehr sehr bittere pille ich finde es wirklich sehr traurig dass er kein ich sag mal abkommen mit der eu gefällt wurde dass das ganze irgendwie ja keine ahnung zollfrei et cetera ist aber ja müssen wir leider aktuell mit leben ich hoffe dass so was in zukunft irgendwie geregelt wird weil dadurch auf jeden fall immense einbrüche ich sag mal umsatzeinbrüche entstehen werden bei vielerlei hinsicht vielen stores wird man einfach nicht mehr bestellen ich werde auch nicht mehr bestellen auch wenn es da immer coole sachen gibt und dementsprechend achtet darauf und das wollte ich nochmals hinweis mit so leute das war es wieder mit meinen zehn vertreten dieser woche ich hoffe euch das gefallen wie gesagt ein bisschen was aus verschiedenen stil richtungen vielen verschiedenen preiskategorien dabei und ja auf jeden fall alles kann ich euch wärmstens ans herz legen wirklich coole sachen am start keine billiger ramsch et cetera und dementsprechend checkt die links ab die findet ihr wie ihr immer unten in der infobox über ein abo würde ich mich auf jeden fall sehr freuen damit würdet ihr meinen kanal auf jeden fall unterstützen und die werde immer am start falls was neues da ist das auf jeden fall noch ein like da dann sehen wir uns beim nächsten mal wieder peace leute ciao